ladies and gentlemen guten morgen und herzlich willkommen hier auf meinem channel schön dass ihr wieder dabei seid ich hoffe euch geht es bald gut gerne könnt ihr mich auch kosten unterstützen mit impact 82 als creator sowie liken abonnieren nicht vergessen ist wie sagt alles kostenlos für euch nämlich kostenlos supporten möchtet so hier haben wir natürlich neues paket endlich mal in zwei tagen geht es ja los mit flucht der karieric pirates of the calvin gucken wir uns mal das angebot an so davy jones ist mit bei elisabeth zu wohnen und captain marbosa verspitzhacken im mode für 34 die lego figuren an und so hier ist die kiste ich bin der meinung da war das herz drin was sie da stehlen wollten so was sagt die lego figur war ganz witzig so wie gesagt 34 ist eure entscheidung sonst gibt es hier noch die beiden einzelnen für 1600 und 1500 jeweils davy jones auch noch mal und dann 500 für die orgel als emote so den rest gehen wir mal sehr sehr rasch durch steve ist noch mit bei fncs wie gesagt wir gucken uns nur die neuen sachen an hier hat sich nichts weiter getan die sind wir ausgetauscht die vögel sind wir zurück ok metallica so lego crew paket festival paket hier gab es auch noch ein paket das gab es alles schon einzeln sie ein wissen zusammengewürfelt die kollegen hier alle das war's das erstmal wir sind durch mich freuen wir nicht mehr damit einschaltet ansonsten geht es heute haben wir und weiter mit full night live on stage zum paketen mal das war's für eine raus danke fürs zusehen ciao von au